Heute trainieren wir gemeinsam die Naturtonbindung. Das heißt, du siehst hier die Noten wieder eingeblendet. Wir starten auf C2 und jede Übung wird zweimal wiederholt, also insgesamt dreimal gespielt. Wir tasten uns Schritt für Schritt nach oben, bis wir am Ende diese Naturtonbindung C2, E2, G2, B2 zum C3 und natürlich auch wieder zurück als eine Strecke trainieren können. Wir starten gleich von vorne mit der ersten Übung. Eins, zwei, drei. Jawohl, Übung Nummer zwei. Eins, zwei, drei. Jawohl, Übung drei. Eins, zwei, drei. So let's go. So. Und Übung 4. Eins, zwei, drei. Jawohl, sehr gut. Du kannst natürlich auch jederzeit diese Übungen mit einem Ventil spielen, das heißt chromatisch abwärts gehen, zum Beispiel das Ganze nicht auf C2 beginnen lassen, sondern auf H1, B1, A1 und so weiter und so fort. Das heißt, die Übung bleibt von den Tonabständen identisch, allerdings wird sie etwas tiefer. Das heißt, wenn du am Ende nicht bis zum C3 oder solche Töne erreichen kannst, spiel die Übung einfach tiefer und beginn zum Beispiel auf 2,3, nämlich als Ausgangston dann, A1. Ich wünsche dir sehr viel Erfolg dabei, schreibe in die Kommentare, wie es bei dir funktioniert. Lass am Ende noch ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao. Euer Nico. Ich wünsche dir sehr viel Erfolg dabei, schreibe in die Kommentare. Ich wünsche dir sehr viel Erfolg dabei, schreibe in die Kommentare.